Hallo, Gregor Küni hier. Man möchte die Knochendichte erhöhen. Viele Menschen denken da zuallererst an Calcium, wenn es darum geht, etwas für ihre Knochendichte zu tun. Und allzu oft erschöpft sich die Knochenpflege in der Einnahme eines beliebigen Calciumpräparats oder in übermässigem Milchkonsum. Starke Knochen brauchen jedoch noch viel mehr als Calcium. Schlimmer noch, wer viel Calcium konsumiert, kann unter Umständen seine Knochen schwächen, statt sie zu stärken. Im nachfolgenden Blog habe ich dir einige wichtige Fakten aufgeschrieben, die zur Knochendichterhöhung sehr wertvoll sind. Ich wünsche dir viel Spass beim Lesen.